Wir müssen reinkommen. Ja, ich bin sicher, Marussia hat gewonnen. Leute, was auch immer passiert, wir müssen in dieses Badezimmer kommen. Ja, wir sind die Freunde von Diana. Diana, könnt ihr unsere Hilfe gebrauchen? Diana? Marussia? So, bitte sehr, Diana. Marussia, was hast du mit Diana gemacht? Marussia, mach uns nicht wütend. Leute, es ist nicht meine Schuld. Es ist nicht ihre Schuld, es ist meine. Ich wollte Marussia schlagen und bin ausgerutscht. Und was ist passiert? Unentschieden? Siehst du das nicht? Marussia hat gewonnen. Ah, niemand hat gewonnen. Diana und ich sind jetzt Freunde.